ich brauche das da auf jeden fall genau entschuldige ich muss ja politisch korrekt sein ein prostituiertenradar ist das noch eines kobalt hier meine güte ich weiß nicht ob ich das alles abbau hier so das habe ich jetzt auch bock drauf und dann mache ich gleich noch irgendwas und nicht anders ich brauche nur noch das scheiß ding und es braucht noch ein bisschen ein bisschen ein bisschen brauche ich nur fünf sekunden da eins also 25 sekunden und ich da brauche ok eine minute minute eine minute minute eine minute eine kleinwüchsige prostituierte ich nicht ja 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 vielleicht mal erlebt es werden man muss ja alles mal gemacht haben okay wechseln wir das thema ich habe ganz viel kobalt brauchst du kobalt brauchst du bald kobalt alles alles je mehr desto besser ich weiß gar nicht wofür man das braucht weil ich weiß sowieso eigentlich ist hier nicht also ich könnte mir vorstellen aus eisen macht man einen platz ich habe keine iron ingots mehr nein im schiff aber es ist noch ein weißer erz da oder ich hoffe das will ich auch hoffen aber das ist aber ein großes loch in dem großen loch wo bist du in einem kobalt deposit wo naja also in eine andere richtung als ja wie eine new base ok kann ich jetzt nicht fliegen fällt da noch was ach ja da ist sogar ein windschiff ich glaube schon steuern kann ich auch kein gas gehen naja leer oder was her tatsächlich leer jetzt was nicht das war das da wie kommt denn da drauf ohne dass meine sauerstoff station ist kaputt funktioniert nicht er ist der strom sauerstoff drin strom ausgeschaltet wieso hat er kein power mehr aber ich habe aber noch ich habe ja noch energiezellen wo kommt ihr denn rein da kommt im fuel tank kommt die energiezellen nehme ich an macht sinn das ist schon fliegen ich schwätze nicht mit ihr oja 220 mit einem schiff gebaut das pflegt dafür um zu jumpen gut berg aus ab ins schiff auf zum silikon praktisch so ein schiff echt praktisch da habe ich ja nur euren kubber 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 ein bisschen was im schiff gepackt wieder darüber im schiff das habe ich alles aus das habe ich in den du bist ein gepackt doch einfach den ganzen scheiß gleich mit ab ins loch ach das weiße hier ist silikon oder was das silikon ist dabei nicht unbedingt groß silikon doch ja stimmt das aus den bäumen ist weiß aber wie das hier aus erde ja nicht das was komischerweise aus der erde kommt ja vielleicht sind die bäume alles abgestorben und das ist das ist eine erklärung vielleicht vielleicht eventuell hat auch nicht wieder darüber da renn ich wieder zurück weil ich wieder was vergessen habe dann wären wieder darüber dann wieder herzlich willkommen in der welt eines dementen menschen die lampen da in der new base sind echt hell macht da nix nö macht nix könnte ich ja da mal welche machen das war verrückt glaube ich Brauche ich da noch irgendwas? Bäm! Ich bin raus! Fast! Was brauche ich denn jetzt nochmal? Das da. Motor und Elektronik brauche ich. So, wenn das jetzt nicht reicht, dann keine Ahnung. Was ist denn ein Power-Coil? Keine Ahnung. Was? Da gibt's verschiedene Cockpits. Was ist mit meinem Schiff? Warum fliegt das da oben in der Luft? Wie soll ich denn da... Wo ist das Schiff? Ach, das ist nicht böse. Okay. Was ist böse? Was ist das? Mann, 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 Mann. Oh, kaputt. Äh, jetzt ist so gelandet, okay. Na gut, soll ich das Licht wieder anmachen? So, Licht ist an. Ja klar, völlig falsche Seite jetzt. Dann steigt wieder ein. Oh, Mann. Na, hier sind's 30 Meter. Wow. Oh. Na, das wird doch richtig. Oh nein. Es fällt da, wie du was. Verdammte Scheiße hier. Ja. 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 Wenn das nicht, wenn das wenig jetzt automatisch machen wird, was doch fehlt, aber nein. Das wär praktisch. Das mach ich auch noch. Ja, so wie in Factorio. Ja. Ich hab da mal jemand anders, Let's Place. Das ist cool. Das ist ja das von oben, meinst du, ne? Von oben gesehen, ne? Das ist cool. Ja. Kann man auch Eisen und Börn fahren lassen. Drohnen fliegen lassen. Da macht's immer schön, alles ist automatisch, wenn was fällt. Aber nein. Hier muss hier, äh, vielleicht sollte ich erst mal irgendwie alles mögliche 10.000 Mal machen, dann fällt nicht immer irgendwas. Aber wenn ich nicht weiß, ob da das Scheiße Eisen nachwächst, dann hab ich kein Eisen mehr und dann kann ich überhaupt nichts mehr bauen. Ah, noch vier. Vielleicht kannst du später noch im Lava, wenn ich noch Lava, im Lava, äh, Dings, Erze rausziehen. Lava. Lava. Ein, ein, ein Lava-Sondierungsgerät, so zu sagen. So, hab ich jetzt zwei. Nein, ich hab nur eins! Aaaaaah! Verdammt. Verdammt! Ja, Ne! Das brauch ich schon, und dann brauch ich, das glaub ichсяч, oder? Ist ja schon Silikon, perfekt. Ja, aber jetzt muss ich mir erst mal wieder neu munizieren, neue preisASS-Faktoren. NeAM! kann mich ja nicht nur strom da habe ich da habe ich kann mich da noch strom kriege ich bei der neuen basis oder bei der drill instructor munition ok bei beiden wo willst du das kobalterz denn haben bei der neuen basis gleich in die neue basis das auto wird davon kaputt aber eben ist kopfdaten ist gerade überhaupt nichts mehr drin aber alles rausgekommen die die mucke wo hier um schlappert die nervt hier vielleicht soll ich mir mal die ganzen haare vom arme wegrasiert dann kitzelt es nicht die ganze zeit wenn die landet kann ich in den schwulen puff gehen die haben auch alle die arme rasiert da gibt es gepanzerte fraster aber die haben genauso viel also die haben ein bisschen mehr rüstung ok passt machen aber wenige brauchen wir haben wenige brauchen jetzt macht es was habe ich jetzt ein kraft gekauft wird jetzt da ich das daraus das landet auch gleich da drin ich kann ich da auch noch mehr machen die nicht die da machen machen die da die da die da nicht ich habe hier noch keinen oxygentank dass man ein ufo da das ist ein hochtechnologische ein vehikel es hat gerade ausgesehen wie so ein fetter lkw ich habe gerade mal zum straß die 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 was hast du das leise ich höre nichts du bist abgekackt nicht abgehackt sondern abgekackt du meinst aber abgehackt 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 mal ein paar seien mach ich das denn jetzt ein bisschen hin du bist immer noch abgekackt abgehackt vielleicht abgehackt abgehackt wir haben ganz viel zuweil jahr ein abgehackt abgehackt Grosser Kein Hört sich los, wie ich mit... Ich weiß nicht... Aber... Wird mich interessieren. Mal live... Fragen. Ähm, ich mach jetzt glaube ich sowieso mal ein Päuschen. Ich hab jetzt auch gar keinen Zuschauer mehr. Null steht da. Ähm... Ah, jetzt kann ich auch fliegen. Wie spät haben wir das denn? Älter, das ist schon halb acht, ne? Ich muss mal kurz auf den Kopf platen. Übertragung... Ah, nein, nicht höhen stellen, du dummes Ding, du blödes. Ah, gepflegt! Wir haben die Übertragung wieder aus? Ähm... Ich hätte mir doch besser Strom ausgeschaltet. Stehen geblieben, stehen geblieben, stehen geblieben! Hä? Ah, jetzt landet's. Witzig, man kann's einschleiden, aber nicht aus. Ja, komm her, hab ab! Mach ich das jetzt ein bisschen hin. Ach, da steht jetzt falsch rum. Ah, da Übertragung. Ähm... Live startest du mal anzeigen. Übertragung deaktivieren. Okay. So, Übertragung ist deaktiviert jetzt. Jetzt müsstest du mich wieder hören. Kannst du mich hören? Kannst du mich wirklich hören? Kannst du mich wirklich hören? Ich hör dich nicht, was? Ja, ich hör dich. Doch, ich hör dich. Ja, 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 ja. Mit dem Käffchen. Oh! Ja, 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 ja. Ähm, und danach weiß ich auch nicht. Wollen wir dann noch weiterspielen? Ich hab's. Du spielst weiter? Ich spiel weiter. Wir spielen schon seit 17 Uhr, ne? Weineinhalb Stunden schon wieder. Hast du schon wieder keine Lust mehr, oder wie? Du musst dich auch mal entspannen. Du bist so anstrengend. Ja, ich bin nicht mehr an den Spielen. Spaß. Spaß. Wo bist du eigentlich? Ich bin an der Base. Ich bin beim Kobalt. Ach so. Wie bist du denn da hin? Ach, mit dem Escape-Pod? Ah ja, jetzt seh ich's. Tja. Liedger wieder. Okay. Ähm, ja, du, ein bisschen spiel ich gleich noch weiter, ja. Aber ich weiß nicht, wie lange. Mal gucken. Ich glaube, ich lock mich auch mal so lange aus. Sonst verbrauch ich Sauerstoff und Essen. Boing. Bis gleich. Okay. Ich glaube, ich muss da noch was alleine bauen. Aua, 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 aua. Jetzt fliegt das Ding auch von alleine. Au. Was ist dein Arsch? Alter, was für ein Weichei. Fliegen kann ich doch jetzt, oder? Ich glaube schon. Hoffentlich mal. Gucken. Ah, hoch bin ich geflogen. Gut. Passt. Das Ding fliegt. Das Ding fliegt. Das Ding fliegt auch. модulium etwas laid. Und dann für eine Idee die Schöne die Verbrechen很 RHO HOO 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 HOOOO HOO 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 HOOOO HOO 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 den Blech. Na ja. So, oh Gott. Doin. Hup. Ich habe gerade im Haus drin gestanden. Ich glaube schon. Was für ein hässliches Ding. Hehehe. MMM, wo steht jetzt mein Ding? Da hinten. Okay.